Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator mit dem Sachsen als Player. Hallo. Und dem Mr. Dalukas. Schönen guten Tag die Herren. So, wir haben neu geladen und weiter geht's. Nicht wundern warum ich einen anderen LKW habe. Das liegt daran, dass ich eine schnelle Fracht gemacht habe. Sagst du, wie wär's mit losfahren hier? Ich hatte einen öfteren nach Las Vegas. Und wurde gekündigt. Der wurde mir aber aus irgendeinem Grund dann gekannt. Ja, die haben gesehen, wie du gefahren bist beim letzten Mal. Eben, als du den Unfall an der Tanke verursacht hast mit den 28 Toten. Ja, genau. Und deswegen fahr ich jetzt einfach nur mit Suchmaschine. Ist auch nicht so schlimm. Kann ich besser ausweichen. Und der halbe Stadt, die du da gesprengt hast? Da gibt's kein Auftrag mehr für dich, Kollege. Ich stehe schon dadurch schon gar nicht mehr am Rückspiegel. Ja, weil so ein Ami wieder da vorwollte. Ich musste, er hat mich ausgebremst, Leute. So, wir fahren nach Brimm, ne? Da kenn ich ja Brimm. Da wüsste gar nicht, dass Brimm in den Staaten ist. Ne? Ne. Hab ich noch nie gehört. Brimm, keine Ahnung. Breno kenn ich noch. Und das Sendung damals auf dir, Max. So, ich fahr 35 km hier auf den anderen Straßen hier. Hast du auf KMH umgestellt? Nein, MPH. Ja. Weiß ich, was die hier vorne machen, aber wir müssen hier mal anhalten. Das ist da, wo der Sachse einen Unfall gebaut hat. Ich glaube, der ADAC ist jetzt eigentlich da. Ach. Da müsste noch einer links über der Tanksäule liegen. Ja, mein Schatz. Nehmt die Beine fällt. Oh, da kommt die Balu, wenn der Fracht hinten rein. Natürlich nicht, ja. Bremsweg berechnet. Was ist hier überhaupt los? Erstmal hupen. Äh, Bankstelle. Die vorne heißen rein und raus und alles und tralala. Was ist hier los? Hupen. Ja, warum wird hier gestanden? Oh, da kommt von rechts eine ganze Meuter. Ja, das wird... Oh, der Sachse wieder, oder? Ich seh zwar nix genau. Ach, der ist kein Crash. Ne, aber nütz den Crash, da können wir auch links abliegen. Jawoll. Ich geb Gas. Schnell weg hier. Der eine macht Fahrerflucht. Der hat den Unfall hier veruntert. Hast du das nochmal geschillt? Platinum mit seinem Regenbobentruck. Da bin ich voll drauf. Auf Kamera. Oh, guck mal. Ja, ja. Der ist die ganze Zeit schön ne. Der ist ja... Slovak. Den ramme ich gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der liefert hier so noch Lanzstraßen. Ne, er kommt Gegenkopf, ja. Oh, Dalu ist schon wieder weg. Ich bin immer noch hier hinter dem Slovak. Ja, ja, ja. Der mir hier seine Lebensgeschichte hupt. Erzähl dir ein bisschen was von der Familie. Warum steht denn hier einer am Seitenstreifen in der Kurve? Kein abgesichertes Gebiet. Also ich würde sagen, wir lassen Dalu jetzt vor der Wegfahrt. Das ist eindeutig der Langsamste. Ich bin nicht der Langsamste. Weil gleich kommt der Slovak, ja. Und dann passt mal auf. Den Slovak lassen wir vorbei. Warum fahre ich überhaupt so langsam? Habe ich immer noch so einen Zugpferd? Ne, jetzt drücke ich Slovak. Wo ist denn? Dimitri fährt hier noch an der Seite. Slovak, ja. Der Slovak ist an uns vorbei. Ey, du bist da drei Kilometer hinter Slovak. Von wegen hier, der bremst dich aus. Du kommst nicht hinterher. Ey, du bist hier schön rechts am Seitenstreifen bleiben, wenn ich losfahre. Ja, ja. Hier. Warum fahre ich so lahm? Weil du so eine Schnecke hast. Oh Gott. Die Schnecke sitzt auf Beifahrersitz. So, jetzt geht's los. Letztendlich haben die Ami so viel Platz. Ach ja. Nicht wundern, warum mein Kontostand so angestiegen ist. Ich habe die 400.000 Kredits genommen. Cheat Engine. Cheat Engine ist activated. Wieder genutzt. Ich habe auch zum ersten Mal Plus auf dem Konto. Siehst du, wenn du mit uns fährst, läuft das. Warum ist hier eigentlich immer Nacht, ja, in den Start? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja, warum war Sonne? Oh, Patrick. Er pinkelt erstmal hier in dieser Wanne. Kleiner Zwischenstopp. Ne, ich glaube, die watten teilweise. Wie macht man Warnblinklicht an? Ich finde das voll super. Ich finde das so super, dass die Leute so diesen Standard-Shit auch in diesem Spiel machen. So wie der eine, als er mir Vorfahrt gegeben hat, hat er da Fernlicht an und aus gemacht. Lüstung bin, ne? Das ist geil. Finde ich super eigentlich. Total dumm. Alter. So, ich hoffe, ihr wartet hier. Was ist denn Randy? Das sah gerade relativ schnell aus. Ach hier. Ach hier. Und du Bengel, gib doch wieder vorne. Ja, was doch. Ich habe hier hochexplosives Zeug hinten. Hab ich auch. Nicht, dass wir noch mal wie bei dem Sachsen über den Unfall reden müssen. So, jetzt fahre ich wieder ab. In einer Stunde bin ich bei 30. Oh, Reni, musst du aufpassen. Reni schert aus. Naja, ich bleib ja nicht. Ist das Randy, der mich überholt? Ja, ja. Ich bin jetzt, naja, um die Synchronisation, ich bin jetzt auf deiner Fahrräuse. Oh, bei mir fährst du hinten am Arsch. Ja, bei mir auch. Okay. Ja. Jetzt bist du gar hinter da, du. Ja, jetzt bin ich in der Mitte, so circa. Ja, okay, also sehr gefährlich. Also, wenn jetzt einer links rüberzieht, nicht, dass da was passiert. Äh, kann ich einschauen bei dir? Jetzt gibt aber Gas da vorne. Nein, bitte nicht. Nee, bei Tino jetzt. Äh, ja. Nee, da alle Zuckbretten, ich bleib längs. Ich fahr perfekt? Nee, das sind Synchro-Legs. Ja, wollt schon sagen. Ich fahr perfekt. Ich könnte ein Tutorial machen. Die perfekte Fahrweise. Ah, naja, komm, ich glaube, du links. So, ihr alten Audigen, worüber redet ihr denn immer so, wenn ihr im Truck sitzt, ja? Na, guckst du nicht. Naja, ähm. Übergotten die Welt. Mit dem Geld, was man hier verdient. Die Spesen sind schon übertrieben. Kann man leider nur drüber reden, wa? Nee. Aber, hm. Ja, über... Keine Ahnung, über was mal reden. Alles Mögliche. Gut, ich muss dazu sagen, bin ja auch seit dem ATS erst wieder dabei. Äh, sonst macht das ja Clicki und Randy. Mhm. Die machen ja hier den Euro Truck Simulator, sind ja die richtigen Profis. Also, ich hätte... Ich hab mega Bock auf dieses Projekt, so, wenn du das so als Talk-Runde nimmst, sag ich mal, wenn du mal bestimmte Sachen laberst. Ich hätte aber auch Bock, dass noch mehr dabei sind. Das wär schon cool. Das ist einfach witzig. Ja. Bei allen Dingen dieses Chaos, was auch dann ständig entsteht. Aber das ist schon geil, wenn man so im Konvoi fährt, so mit fünf, sechs Leuten oder so, das macht schon Laune. Und man kann natürlich... Ich find's cool, dass man auch so die Schilder so alle lesen kann. Also, das ist ja nicht selbstverständlich für Autorennspiele. Die können ja auch... Schilder sind so da, aber so... Autorennspiele. Ach Gott, ey. Willst du jetzt darauf rumreiten? Das ist wie Ballast-Spiele, ja? Ja, ja. Sagt man auch nicht, ist aber so. Warum eiern da, du, so hin und her? Wind! Wind hier vorne. Das sieht gut aus, ja. Stark, ich muss jetzt links rüber, ja? Sagst du? Oh Gott, oh Gott. Ey, Renny, bist du neben mir? Ja. Ich brems schon. Seht ihr, wie geil ich den überholt hab? Alter Schwede, ey. So, okay, aber diese... Bei dir könntest du vor ihm rein, ja. Truck-Simulationstitel, ja? Dass man da die Schilder draus sehen kann, Stasenschilder, finde ich ziemlich cool. Weil das ist ja für Autorennspiele ja gar nicht so gang und gäbe, ja? Da hängt einfach ein grünes Schild und weiß verschwommener Text, den ihr eh nicht lesen solltest, weil es unnötig ist. Aber hier finde ich das ganz cool. Es wäre auch geil, wenn du später, wenn du dich halt auskennst, was für euch bei Eurotruck ja bestimmt der Fall ist, dass du einfach ohne GPS fährst. Wenn du weißt, wo du hin musst. Oh. In welche Stadt zum Beispiel. Würde ich super witzig finden. Das ist hart. Komplett... Aber du hast GPS im Truck automatisch. Du hast da rechts neben deinem Tacho, wenn du innen an sich hast, hast du auch immer so'n klein... LOL, ey, was ist mit deinem Wind-Truck los? Wind? Boah, hier ist richtig krass. Alter Vater, ey. Ich bin neben dir. Entschuldigung, ich musste mal ne Bier-Dose aufheben. Oh, ja. Ich hab schon mitgekriegt, dir. Die ist rechts oben. Da liest er wieder die Porno-Zeitung. Oh, ey. Das ging's da gar nicht. Oh, war ein doppelseitiges Bild. Ich musste das quer nehmen. Du hast rausgeklappt über die Rätschützscheibe. Ich musste das hochkant nehmen. Ich musste den Bier-Dose aufmachen. Oder hat's von der Bockmasse der Senf runtergetrunken. Moment, was passiert jetzt hier? Wir müssen rum, oder? Oh, wir müssen links. Ich mach mal langsamer. Das geht sonst schief. Ist ein Links-Abbieger nur. Jo, da bin ich. Hey. Steh auf den Navi. Du Idiot. Oh Gott, da vorne kommt einer! Oh, was? Der hätte ich... Der hatte... Der hatte... Der hatte hundert Sachen drauf, sag ich dir. Der hat auch nicht gebremst, hatte ich das Gefühl. Der hat gehumt. Der hat die Hupe durchgedrückt. Aber Hupen bringt auch nichts, wenn's kracht. Alter Schwede. Puh, das war ich knapp. Was ist denn mal, wenn wirklich aus Versehen... Wenn er jetzt da voll reingefahren wäre, ja? Er hätte sich natürlich mega aufgeregt. Aber wäre da jetzt schon irgendwas passiert? Oder ist das so wie... Nee, wahrscheinlich nicht. Kann halt mal passieren, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Das kann ja genau. Also wie gesagt, das ist... Wenn du wirklich so absichtlich... Selbst wenn du absichtlich ein volles Rohr rammst, wirst du auch nicht direkt gebannt. Also... Da musst du schon mal... Du musst schon mal richtig eingucken. Na, oder Trenny? Ich weiß nicht, du kennst dich ja besser aus. Also... Naja, also... Ab wann die denn? Wenn du dir jetzt nur rumfährst, neben nach einem anderen rammst du so... Bist du relativ schnell weg, ne? Reports halt reinfliegen oder wenn die Leute das filmen und das dann einsenden auf der Umweltsch, dann bist du ganz schnell weg, ja. So, dann muss ich hier wieder was drücken? Lol. Jawohl. Ja, ja. Und dann dein Ablade-Dings quasi. Ey. Wir müssen hier rückwärts... Ey, das wird jetzt... Das kann nur... Ah, ne. Oh, Tino. Das war ein Fehler. Jetzt kannst du nicht drehen. Habe ich schon versucht. Da kann ich drehen. Nein. Da kann ich wenden. Da kann ich wenden. Zeig dir mal ein richtiger Trucker, wie das hier geht. Ey, Klicke würde sagen, die wird das Reifen runterreißen. Aber ich bin gespannt. Ich liefere das hier easy ab. Und? Da, gewendet. Ey, was ist denn das für eine Parkbucht? Naja, geübtes Vorn, äh, geübtes Parken. Ja, das... Da wo du stehst, ist aber Knische, oder? Doch, für mich schon. Ist das dein Ernst? Doch. Der Guts Level 1. Also ich habe ihn hier abgeliefert. Ernsthaft? Ausgezeichnet übrigens, ja. Ey, guck mal, wo ich einparken muss. Um das mal klar zu machen. Du bist hier rechts neben dir da in diese Lücke rein. Oh Gott. Das ist hart. Bei dem will gerade noch einer einparken. Ey, das ist doch ein Schatz, was die hier vorhaben, oder? Äh, ja. Hängt mein Anhänger jetzt noch dran? Ne, 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 da ist er geblockt. Ne, weil ich kann rückwärts, kann ich nicht fahren. Ich weiß warum, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ne, ich kann wirklich nicht rückwärts fahren, ich kollidiere mit dem. Ach so, ja, da muss ich vorwärts fahren, ich stehe den halt nicht. Oh Gott. Ausgezeichnet. Sehr gut. Das gab wieder vor. Das Problem ist, dass mein LKW... Wie steht jetzt mein LKW? Ähm... Ich glaube da, wo wir angefangen haben. Wieso, was hattest du denn schon LKW? Ach doch, so ein Schnellauftrag gehabt, ne? Ja, ja. Genau, ja. Warte mal, ich stehe jetzt in... ...Begersfield, nice. In Beggersfield ist dumm. Wie komm ich denn zu euch? Gar nicht mehr. Du Holzkopf. Äh... Du müsstest halt so rüber wandeln, alleine. Weil ich hab hier nur einen Auftrag von Brim nach Carlsbad. Und das ist bei... Ich meinst jetzt weiß ich bei Beggersfield. Ich hab von Brim, na... Ne, gar nicht. Ich hab von Brim gar nichts. Von gar nichts? Naja, hier ist ja nichts. Naja, aber vor euch liegt direkt Las Vegas. Richtig, da könnten wir nach Las Vegas reifahren. Wir können uns in Las Vegas treffen. Oder ist das... Wo treffen wir uns dann? Ich würd sagen wir treffen uns in Las Vegas. Dann warten wir bis Manus da ist. Und machen dann von da aus dann weiter. Das kann man auch machen. Dann lass uns mal an der Werkstatt in Las Vegas treffen. Okay, wie setz ich mir da jetzt meinen Wegpunkt hin? Also M klicken. Ja. Und dann die Karte. Ja. Und dann einfach mit der Maustaste... Also ranzoomen, da wo dieses Roboter singt. Da einfach mit der Maustaste hinklicken. Und schon kriegst du dann offiziell. Das Rode, ja. Dieses Rode, ja. Das Klärchen, Chef. Dann treffen wir... Dann treffen wir uns in Vegas. So, genau. Ja, dann machen wir hier... Achso. Ne, wir fahren nach Vegas, würde ich sagen, oder? Achso, ja, klar. Ihr könnt... Genau, wir fahren nach Vegas und ich fahr hier mal los. Und alles ist cool. Ich weiß nicht, ob du da in Österreich nach Vegas hast. Kannst du das gleich mit verbinden? Ne, hab ich geschaut. Hab ich leider nicht. Aber ist kein Problem. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, Reni. Was kommt denn für uns? Für uns? Ich wollte mir das Street Fighter mal angucken. Aber für uns kommt Bus Simulator 16. Der Bus Simulator kommt? Ach stimmt, der ist ja auch ein Multiplayer. Ja, ja. Ich hab bei euch, und das fand ich ziemlich geil, den Müllabfuhr-Simulator gesehen. Leider war der so blöd, dass ihr da irgendwie nicht... jeder nicht ein Auto hatte oder sowas. Ja, ja, ja. Das war... Speed Economy war das. Das war reinfalls andersgleichen. Das war leider ein bisschen, ja. Aber naja, man hat sich's halt mal angeschaut. Ja, Bus Simulator steht für uns so an. Ansonsten kommt der Simulationstechen. Naja, Wizz Games hat ein Neu Saugerspiel raus. Und der Landworte... Wann? Das wirst du mir auch anschauen. Weil das Horror-Game kommt irgendwann im März. Drei Wochen klippe, wenn ich das richtig verstanden hab. Bist du hinter mir, sagst du? Bist du das? Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich bin hinter Sir Knight. Sir Knight. Der jetzige beispielsweise, wobei sie aber halt schnellen, da wird jetzt halt so langsam runtergebremst. Weißt du irgendwas bei Wizz Games wegen dem Horrorspiel? Kann man da schon irgendwas sagen? Um was es gehen wird? Ob es eine Story gibt? Ja, das ist auf jeden Fall Oktober. Also irgendwas Lateinisches für Angst oder irgendwas in der Richtung da. Oder Dunkelheit. Wird wohl vom Prinzip her so sein wie Pine U Drive. Also so ungefähr. Das ist ein neues System, was deine Angst erkennt. Aber jetzt nicht auf Grund von Bewegungen, sondern auf Grund deiner Entscheidungen. Also wenn du da, also auf was du, was weiß ich, da wird dir eine Spinne hingesetzt. Und erschreckst dich da, da erkennt das Spiel alles klar. Er mag Spinnen nicht und schmeißt dir irgendwann, keine Ahnung, so eine riesen Monsterspinne irgendwo hin oder so. Keine Ahnung. Also es gibt dann, also die, das, okay. Also es wird auf deine Ängste angepasst quasi so. Es wird auf deine Ängste angepasst. 30 Tage System. Ist ja bekannt. Oh, es ist hell. Ja, es ist hell. Das Wettersystem ist noch nicht so ganz synchron. Na ja. Macht nichts, es ist hell. Richtig. Ah, hier war ich schon. Nein. An was liegt das, wenn ich den überhole und die dann auf einmal so nach links rüber ziehen, so ein bisschen, so andeuten hier so, ey überhol mich nicht. Warum machen die das? Oder, keine Ahnung, haben die das? Nein, entweder das ist ein Torspieler. Gehört das nicht zum feinen Jargon hier bei den Truckern? Entweder sind es das Torspieler. Hm. Oder sie wollen, ja, sie sind halt Deppen. Ich bremse immer so. Also meine Bremse, deswegen, weil du gerade sagtest, du musst nicht gleich stehen bleiben. Sobald ich die Bremse drücke, stehe ich. So, die ist richtig krass. Das kannst du einstellen. Das musst du noch in den Optionen einstellen, deine Bremse. Bremse in die Intensivität. Intensivität. Ja, aber das ist ja. Ah, hier schön wieder in Vegas. Ne, das geht nicht. Riva la Vega. Gut. Ist hier rechts vor links? Nö. Hier ist Werzerstander Kreuzing ist fertig. Äh, ich glaube sowas gibt es hier gar nicht. Ne, ne, Werzerstander Kreuzing ist da vorne. Das ist auch geil. Ja, zuerst das mal zuerst. Ich glaube nicht. Also ich habe extra Wacht. Ich würde mich dann gerne mal in den Gerichtsverhandlungen da mit reinsetzen. Würde mich mal interessieren, wie das so entschieden wird. Und jeder sagt, er war der Erste. Oh, Mr. Satan fährt hier gerade rum. Dann würde mich aufpassen. Dann würde mich aufpassen, ja. Dann habe ich natürlich erstmal Vorfahrt gelassen, ja. Mit dem Ganon. Ist der Satan, ja. Dann würde ich auch Vorfahrt lassen. Was transportiert er? Lava? Noch gar nichts, ey. Fährt einfach so. Wenn es gelb blinkt, ist bald rot, oder? Ne, es sind Ampeln. Wenn es gelb blinkt, ist bald rot. Ne, lass die Ampel auch, ist es wahrscheinlich. Ich liebe, weil ich mir hier so ein Elefanten renne. Der Hu... Ich hube zurück. Ne. Er hat aufgegeben, er ist abgebogen. Wärt ihr schon in Los Angeles? Ne, in Las Vegas. In Los Angeles wollen wir uns nicht treffen. Oh, da bin ich falsch. Ne, Spaß. Oh Gott, ist hier viel los. Ist das hier eng. Oh mein Gott. Alter Vater, ey. Bist du draufgefahren auf den Platz? Andere Werkstatt, ja. In die New Collision Area reisen. Das bringt das nicht. Da steht wieder Gott und die Welt rum. Ne, klar. Bleiben drinnen an sich, das ist ein Nächster Level. Wenn wir jetzt zur Firma fahren, da stehen noch mehr rum. Bleiben wir hier. Achso, bestellen wir uns dann bescheuert. Ja, hier an die Garagen, da steht hier keiner. Komm mal wieder ein bisschen zurück. Achso. So, ich baller hier mit meinem Anschlag Top Speed. Zu euch. Wenn ihr da seid, sagt ruhig Bescheid. Wir sind da. Ja. Könnte ich da schön hier hinstellen. Oh, park mal schön ein. Sachse parkt hier neben mir ein, perfekt. Ich muss auch mal die Spiegel sauber machen. Ey, der hat aber Haare, dein Fahrer. Man hat auch, ja. Wie denn? Sieht man mich als Frau? Also bin ich eine Frau, Sachse? Ne, bist du auch ein Kerl. Was ist das denn? Warum suche ich mir denn eine Frau aus? Sag sie, guck mal bitte nach hinten. Hast du auch keine Rückwand? Äh, ich hab Glas. Also im Fenster drinnen. Bei mir ist da nichts. Ah, bei mir ist auch ein Fenster, süß der. Aber du hast ja den gleichen LKW wie wir. Ah, du hast vielleicht eine andere Kabine. War grad verbuggt gewesen beim Zurückgucken. War einfach offen. So ein Cabrio hinten. Beim Rückwärtsfahren schön windig. Von Las Vegas. Kannst du die Lärmbierdosen gleich vor hinter dir, weißt du? Volle, so als kleine Granate. Ja, ja. Sag hin, bam, der nächste von Adventure Trials. Oh, geil. Die Aufträge, alle wieder, die hier aktualisiert ist, Wahnsinn. Nicht so gut? Ja, ich hatte grad vier Seiten in Las Vegas. Jetzt hab ich noch drei Aufträge, weil jetzt die Zeitbüro umgesprungen ist. Das ist Wahnsinn. Ich hab was nach Los Angeles. Los Angeles hab ich zweimal und das war's. Kleidung und Büroartikel. Ich hab alles noch. Also Las Vegas, Las Vegas. Ich hab Autoreifen. Also als nächstes solltest du, wenn du mit dem Level wieder aufsteigst, definitiv Fernfahrten machen. Hab ich schon, Junge. Okay. Denkst du, ich kenn mich hier nicht aus, oder was? Sorry, sorry, sorry. Wer hältst du dich? Also die Autoreifen sind klein. Kunde. Kunde. Wo bleibt denn du? Wenn du in Frachtmus gehst du zu Las Angeles, welche Firma ist denn das? Warte kurz, ja. Ne, wir können auch erstmal, wir können erstmal Feierabend machen. Wie gesagt. Ja, wir können erstmal Feierabend machen. Genau. Das kein Problem. Also ich hätte 4 to print, ja. Also das V oder was? Ne, 4-2 print. Ist so so ein buntes. Achso, da. Ja, gut. Die Firma ist auch irgendwo drin. Ne, ich muss halt sie den Silber nimm pfauen. Ja, gut. Dann moderieren wir erstmal ab. Ja, auch mal an. Ich hab's vergessen. Mann. Achso, ja, Leute. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall mal bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die drei heißen Trucker hier. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut, Leute.